So, Willkommen zurück zu Let's Play Unravel Folge 11. Es geht weiter, ich guck mal kurz auf die Uhr. Und hier ist glaube ich schon offensichtlich was wir machen müssen. Ich denke mal das Teil hier werden wir wohl mitnehmen müssen. Ich nehm es jetzt einfach mal zur Sicherheit mit. Okay, dann guck ich erstmal wozu wir das gebrauchen könnten. Ah ok, damit das hier oben bleibt. Das heißt wir schieben das ganze Ding. Ok, wir müssen das von der anderen Seite schieben. So, jetzt passt es hier rein und jetzt haben wir auch keine Probleme da rüber zu kommen. Dann kann ich den Gartenfahnen dann mal noch mitnehmen. Den brauchen wir ja hier dann nicht. Ja, immer noch ein sehr sehr hübsches Spiel. Gucken wir mal was hier oben ist. Oh, ok. Das war also schon so gedacht. Hm. Tja, was nun? Oh, ok. Oh, ok. Wo komm ich da jetzt nicht. Ich komm da jetzt nicht. Gehen wir nochmal gucken ob ich unten irgendwas vergessen habe. Ne eigentlich nicht. Ach, man muss unten durch, ok. Ah, ne doch nicht. Doch nicht. Hm. Mysteriös. Weil man kommt ja nicht rüber. Das ist jetzt die große Frage. Was mache ich denn hier falsch? Das Ding vielleicht nochmal zurückrollen. Ne zurückrollen geht nicht. Ach, es muss hier bleiben. Stimmt. So, auf der Stelle muss es bleiben. Oh, Jani ist kalt. Der ist ein bisschen beunruhigt. Ich habe auch irgendwas gerade gehört. Mal gucken. Hier ist ein Steinchen. Okay, das stimmt nix. Ich gucke mich erstmal hier unten um. Da ist noch was. Mal gucken was auf der anderen Seite ist. Ah, ok. Ich muss da hoch. Das ist schon mal klar. Da ist noch. Na, an, an. Also nach unten. Das ist ein bisschen funktioniert. Zummer zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, man. Jetzt ist ja die Frage, mit dem Stein kann ich ja... Wozu ist denn das Ding hier? Ah, Jim! 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 Hmm... Jim! 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 Ich komme hier nicht ran. Die Frage ist mir, was bringt mir das genau, wenn ich da oben bin, weil da komme ich doch dann auch nicht hoch. Also muss es schon irgendwas damit zu tun haben? Moment mal. Wie kann das Ding von hier aus... Also ich glaube, das mit dem Stein ist schon mal richtig. Wüsste nicht, warum das falsch sein sollte? Da kommt schon gar nicht. Oh. Hehe. Ich will hier einen Knoten machen. Jetzt geht es wieder nicht. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was hatte ich denn gerade anders gemacht als vorher? Okay, das ist mal interessant. Ach so, der kann ja auch nicht höher, weil der hier angeknotet ist mit dem Pfosten. Deswegen muss ich das auch andersrum machen, damit der, äh... Ich muss hier einen Knoten setzen. Und dann hier einen Knoten. So, und jetzt müsste das theoretisch eigentlich gehen. Genau. So wird ein Schuh draus. Na toll. Hm. Ich denke, da bin ich so glas, ja? Okay. 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 Yeah. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Knäppchen war es. Autsch! Okay. Und das reicht ja, an dem Baum zu stehen. Okay, das war richtig knapp. Hm. Okay. 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 Ah, okay. Na, wo wirst du wohl? Was macht ihr denn da? Hä, im Kreis ging's doch auch. Warum geht's denn jetzt nicht? Jetzt komm ich da nicht mal rüber! Oh nein! Okay, ich glaub ich hab irgendwo einen Fehler gemacht mit dem Garn. Das heißt ich geh jetzt noch mal kurz zurück. Hab ich irgendwo den Garn liegen gelassen? Nee, ich glaub das ist schon richtig so. Es kommt mir so vor als wäre das alles ein bisschen sehr kurz. Also das muss schon, das muss schon so. Damit ich mich hier auch hochhangeln kann. Ahhhh. Na, er will da partout nicht hoch. Okay. Da gibt es nicht. Jetzt wird er. Okay. Jetzt wird den Knoten nicht machen dürfen. Hm. Nein! Oh nein! Jetzt wird wenigstens da oben, ja. Okay. Scheiße. Okay, das ist gar nicht mal so einfach. Ah, das ist zu kurz. Jetzt könnte es eventuell funktionieren. Ein Speicherpunkt und ich glaube, das ist auch der richtige Zeitpunkt, um einen kurzen Cut zu machen. Hier geht es gleich weiter an den Kabeln, was es wohl sein mag. Sind es Stromleitungen oder sowas? Wird fast sein, oder? Stromleitung wird schon oder so sein. Aber was für ein Gerät das ist, ist die Frage. Hängt auf jeden Fall ganz schön weit oben. Na gut, kurzer Cut und dann sehen wir uns zu Folge 12 wieder von Let's Play Unravel. Also, bis dahin. Ciao! 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 Ciao!